Ich bin weiblicher Beamter Moss. Weiblicher Polizei Beamter Moss. Ich bin weiblicher Polizei Beamter Moss. Das Ganze ist eine Prüfung. Das ist das richtige Wort. Für meine Stärke und mein Gewissen. Und die Presse erst. Ein Wirbelsturm war das. Ich möchte keine Märtyrerin sein, Officer Moss. Ich denke nicht, dass man sie als solche sehen wird. Ich heiße jetzt bereits die Aufrichter Miss Swan. Wörtliches Zitat. Aber was weiß ich schon. Wollen Sie es lesen? Auch nicht nötig. Nehmen Sie ruhig ein Exemplar mit. Wir haben noch weitere. Miss Gooding dürfte wohl inzwischen im Gefängnis sein. Ja, der Gedanke verfolgt mich. Wieso? Zweifeln Sie an Ihrer Schuld? Ach, wenn es nur das wäre. Eher, dass ich ihr nicht mehr geholfen habe. Ich mochte sie. Versöhnlich erscheint mir allein, dass Rose durch ihren Charakter und ihr Wesen im Gefängnis vielleicht auf Gleichgesinnte trifft. In Portsmouth meinen Sie? Nicht unter den Mördern und Vergewaltigern. Ich habe eher an Trinker und warme Brüder gedacht. Ich suche das Positive. Ich will nicht. Dass Sie nicht nötig. Ich will nicht. Du bist nicht nötig. Ich will nicht. Vielen Dank.